So, damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Modul Wirtschaftsmathematik. Wir steigen heute in die lineare Algebra ein, indem wir uns mit dem Vektorraum beschäftigen. Heute geht es zunächst einmal um den Vektor selbst und die Vektoraddition. Dazu habe ich folgende Aufgabenstellung mitgebracht. Und zwar die Unternehmen U1 und U2 produzieren die gleichen Güter G1, G2, G3 und G4. Das Unternehmen U1 produziert pro Tag neun Einheiten G1, fünf Einheiten G2, sieben Einheiten G3 und zwei Einheiten G4. Das Unternehmen U2 produziert pro Tag drei Einheiten G1, fünf Einheiten G2, acht Einheiten G3 und sieben Einheiten G4. Die Tagesproduktion der beiden Unternehmen kann durch ihren Produktionsvektor PU1 und PU2 beschrieben werden. Also PU1 dann für das erste Unternehmen der Vektor und PU2 dann der Vektor für das zweite Unternehmen. Wobei die IT-Komponente eines Produktionsvektors die Produktion des gutes G1 pro Tag angeben soll. Ein Vektor müsst ihr euch vorstellen wie eine Spalte mit Zahlen und wir wollen zunächst einmal die beiden Vektoren PU1 und PU2 angeben, bevor wir uns dann mit der Vektoraddition beschäftigen. So, denn hier steht PU1 und PU2, das sind die Bezeichnungen für unsere beiden Vektoren. Es ist wichtig, wenn ihr einen Vektor habt, dass ihr diesen auch bezeichnet, dass die Zahlen nicht einfach nur dort liegen. Also notieren wir hier PU1. So, dann packe ich hier hinten schon mal PU2 hin. So, ich habe ja was für eine Spalte gesagt und zwar von oben nach unten und wir beginnen bei G1, gehen runter bis G4. Mehr Güter haben wir nicht. Also würde der Vektor wie folgt aussehen. So, ein bisschen Zeichenungenauigkeit jetzt hier mit dem Klammerzug. Ihr habt links eine Klammer, rechts eine Klammer und je nachdem wie viele Angaben ihr habt, müsst ihr die Klammer entsprechend höher oder weiter runterziehen. So, dann haben wir hier G1, G2, G3, G4, denn man kann theoretisch auch abstrakt mit dem Vektor weiterrechnen. Man braucht keine konkreten Werte. So, und dann tragen wir hier einfach die Einheiten ein, die gegeben sind und zwar für das Unternehmen 1. Neun Einheiten, G1, 5, G2, 7, G3 und 2, G4. Also 9, 5, 7, 2. 9, 5, 7, 2. Dann machen wir die Klammer hier zu und haben den ersten Vektor hier dargestellt. So, ganz wichtig, wir haben natürlich noch ein zweites Unternehmen, das heißt einen zweiten Vektor. Dann können wir auch entsprechende Rechenoperationen durchführen. Also auch hier gilt dasselbe, weil das das erste Video ist hier zum Vektorraum, schreibe ich das hier auch nochmal hin. Es kann sein, dass ich mich in den nächsten Videos ein bisschen kürzer halte. So, auch hier dann G1, G2, G3 und G4, weil beide Unternehmen die gleichen Güter produzieren. Das steht ja direkt am Anfang der Aufgabe drin. So, und hier für das zweite Unternehmen haben wir entsprechende Werte. Und zwar drei Einheiten G1, 5, G2, 8, G3 und 7, G4. Also auch hier wieder unsere Klammer. Ihr könnt auch erst die Zahlen abtragen von oben nach unten und dann die Klammer setzen. So, das sieht gar nicht aus wie eine Klammer, aber egal. So, was hatten wir gesagt? 3, dann 5, dann 8 und 7. So, und dann haben wir unsere beiden Produktionsvektoren hier einmal notiert. Ja, und jetzt geht es um die Vektoraddition. Ich werde für jede Rechenoperation ein eigenes Video hochladen. Dann könnt ihr euch das aussuchen, wo ihr Probleme habt. Denn wenn ich jetzt hier alle Rechenoperationen in ein Video gepackt hätte, wird das ein bisschen unübersichtlich. So, wie hoch ist die Tagesproduktion der beiden Unternehmen zusammen? Und zwar müssen wir dort wie folgt rechnen. Wir müssen hier, steht ja oben schon, addieren. Und zwar U1 plus PU2. Das würde ich auch so hinschreiben, denn die Vektoren haben hier jeweils ihre Bezeichnungen. Also schreibt ihr erstmal die Bezeichnung der Vektoren hin. dass ihr PU1 plus PU2 rechnet. Und dann packt ihr die Berechnung hin. Das würde nämlich wie folgt aussehen. Man kann jetzt zwei Klammern nehmen. Ich würde jetzt aber einfach eine Klammer nehmen und direkt die Operation auch reinschreiben. Und zwar 9 plus 3 dann 5 plus 5 die erste Zeile mit der zweiten dritte vierte jetzt nicht 9 plus 7 das macht keinen Sinn weil wir wollen ja die Summe der Güter bestimmen sprich G1 plus G1 G2 plus G2 G3 plus G3 G4 plus G4 nicht G1 plus G2 nicht G1 plus G4 oder des Weiteren. Also 9 plus 3 5 plus 5 7 plus 8 und 2 1 simple Berechnung aber das ist eben den Einstieg den man erstmal finden muss bevor man sich eben etwas schwereren Aufgaben zuwendet. Bis zum nächsten Mal haut rein und ciao.